Was ist der Gemäldegalerie Dresden? In der Gemäldegalerie Dresden haben wir ein kleines Gemälde mit dem Titel Bildnis eines Mannes mit dunkelblondem Bart. Es wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts gemalt und wie die Inschrift auf dem Bild sagt, war der Dargestellte, der Porträtierte, 40 Jahre alt. Leider wissen wir nicht genau, wer der Porträtierte ist und auch wer der Maler, wer der Autor dieses Bildes ist, ist nicht gewiss. Wir haben am Anfang gedacht, es sei von dem Venezianer Tizian gemalt worden. Danach wurde zum Vorschlag gebracht der flämische Maler Peter Purbus oder auch Franz Purbus. Danach war es der deutsche Maler Georg Penz, Nicolas Seneff-Chattel und heute schreiben wir dieses Bildnis dem niederländischen Maler Willem Kay zu. Woher aber kam das Gemälde? Auf der Rückseite sehen wir verschiedene Besitzermerkmale, unter anderem Gemäldegalerie Dresden, die heute noch gültige Inventarnummer 814. Wir sehen weiter einen papierenden Aufkleber, auf dem vermerkt ist, dass das Bild 1840 restauriert worden ist. Wir sehen Papierreste, wir sehen Siegellackreste, die auch zeigen, dass hier solche Informationen sehr leicht verloren gehen können. Und schließlich sehen wir einen ovalen Stempel auf Papier, der seit über 300 Jahren fest aufgeklebt ist. Er zeigt einen Reißadler, in der linken Hand das Zepter, in der rechten Hand das Reißschwert und in der Mitte des Schildes sehen wir den Habsburger Löwen. Dieses Zeichen verweist auf einen Kaiser des Habsburger Reiches, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen. Und hier wissen wir, dass wir auch die Zahl 6 haben, römische, lateinische Zahl 6 und ein C. Und das verweist auf Karl, den sechsten Kaiser von Deutschland. Karl VI. wurde 1711 gekrönt, wie wir ihn hier auf dem Kupferstich von Antonio Baldi sehen. Wir sehen auch unter diesem Bildnis mit großer Perücke dort das Wappen, das wir hier bereits kennen, was auf unserem Bildnis auf der Rückseite aufgebracht ist. Karl residierte zwar in Wien, die Residenz in Prag wurde mehr und mehr zweitrangig. Trotzdem hat man aber 1718 eine neue Inventarisierung des Gemäldebestandes der Prager Galerie vorgenommen. Und im Zuge dieser Inventarisierung hat man auf alle dort vorhandenen Bilder, es waren 551, dieses Siegel aufgebracht. Und im Inventar von 1718 findet sich es zwar nicht, aber in dem darauf folgenden Inventar von 1737 finden wir unser Bild, was damals Hans Huber dem Jüngeren zugeschrieben ist. Und wir finden auch die Nummer, nämlich 340, in diesem Inventar von 1737. Wie lange dieses Bild bereits in der Prager Galerie gewesen ist, das wissen wir leider nicht. Wir wissen aber, dass aufgrund von wirtschaftlichen und auch politischen Schwierigkeiten begonnen wurde, viele Werke zu verkaufen aus der Prager Galerie. Und hier hat Dresden einige oder sogar sehr zahlreiche Bilder erworben. Allein 1742 hat Johann Gottfried Riedl, der Galerieinspektor, über 80 Bilder aus Prag gekauft und darunter auch sehr, sehr viele aus der Prager Kaiserlichen Galerie. Man kann also sagen, dass diese Bilder aus der Kaiserlichen Galerie, als sie hier nach Dresden gekommen sind, eine Herkunft von wirklich allerhöchstem Hause gehabt haben. Und all diese Werke sind bei uns heute noch in der Galerie zu sehen.